meine strecke wieder mal ja mal meine strecke und jetzt versucht das mal sagst du mal an wenn ich drücke dann kannst du ja versuchen genau zu drücken ich jetzt nach das war etwas zu spülen das habe ich auch manchmal dass es zu früh ist okay was hat jetzt auch nicht von selber egal macht dann doch mindest beim anhaltspum dann auf jeden fall noch ein ticken später rüdiger hast du bock auf ein thema ja ja was haben wir denn für ein schönes thema über das wieder anfangen darfst du zitieren ja wir hatten das thema goethe und seine auswirkung wir hatten das thema addons und unvollständige spiele genau sind voll schlecht so genau abgehakt so einfach alle voll schlecht ich frage mich wie das entstanden ist mit den dlc sind und dadurch kommen ein spiel einfach nur unvollständig vor das hat das hatten wir damals nicht es gab es halt damals nicht so gehäuft wie heute ich bin gerade überlegen was das erste spiel wo mir das aufgefallen ist also bei mir war es die sims das originale sind das beim original sind auf jeden fall ich weiß ja nicht ob es vorbei bei warcraft gab es glaube ich noch oder nicht weiß es nicht mehr bei irgendeinem ganz alten warcraft warcraft habe ich nie gespielt ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher es kann auch sein dass ich mich irre aber sims klar auf jeden fall ist bekannt und natürlich auch ja world of warcraft die ganzen dinger die es da noch gibt aber ich dafür muss man ja auch noch extra zahlen immer und ich frage mich wie das damals gewesen wäre wenn wir zum beispiel bei auch ruin of time für jeden dann schneiden extra zahlen müssen als addon also ich hätte mir auch green of time damals nie geholt weil wie teuer war das damals 50 mark 60 mark ein bisschen teurer war es ein bisschen auf jeden fall ein dlc oder addon kostet ja auch noch mal 20 euros das wären locker noch mal 100 weitere geworden für jeden danschen ja also ich hätte mir das spiel damals niemals geholt das richtig ja wenn wenn man natürlich von anfang an weiß man holt sich dann nur ein unfertiges spiel wird will ich mir auch zweimal überlegen wo ich mir so was wirklich zulegt dann der viele spiele fühlen sich heute dann glcs und addons meiner meinung nach und verständlich an wenn er irgendwas hinzugefügt werde ich verstehe auch nicht warum man das macht warum man die sachen nicht gleich in das spiel implementiert und sagt okay wir machen ein bisschen länger daran rum anstatt immer draufhauen 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 wenn ich mich daran erinnere ocarina of time wie lang wird das verstorben verschoben halbes jahr oder nur um alles perfekt immer vor dass das das hat das hat richtig lange gedauert ist das ist es endlich rauskam das also minimum ein halbes jahr verschoben ich denke eher länger ich weiß noch wie wir alle gehypt waren ocarina of time ist bald draußen und dann kam die nachricht das dauert jetzt noch mal ein bisschen richtig geduldet euch noch zwar eines der ersten spiele die angekündigt wurden dann hat es ewig lange gedauert ich glaube ende 98 kam es erst raus und ich glaube 97 sollte das eigentlich rauskommen oder hat man zumindest schon die ersten screenshots sehen aber sie haben auch wirklich richtig an dem spiel noch gewerkelt wenn man die ersten screenshots von zelda sieht und dann im ende des fertiges spiel aussah ist ein himmelweiter unterschied da meint man nicht dass das ein und dasselbe spiel ist ja zum beispiel in der spielstock von hyrule city da sieht ja auch komplett anders aus in dem magazin damals richtig haben dass der richtig lange alle gesehen mit unterschiedlichsten äußern und der links auch eher so aus wie der aus allen diese passt ja nicht wie den den wir jetzt kennen die skeletons die sahen auch komplett anders aus komplett anders sehr richtig und die fand ich damals schon beeindruckend ich weiß dass ich nicht richtig darauf gefreut habe wie zu sehen und dann sahen die in ocarina of time ganz anders aus aber noch mal richtig viel um einiges cooler noch also ja und damals hatten wir auch noch von navi nicht in den screens ja richtig und das wert von links sei ebenfalls anders aus so wie gar nichts palast auch komplett anders ich war richtig gespannt auf das spiel und dann sagten sollten aufgrund verschiedener probleme müssen wir das spiel noch ein bisschen delayen ja dabei haben wir dabei haben sie dann ja auch die melodie vom feuertempel geändert vorher war das ja ebenso ein rabischer gesang ja genau die gut dass das hat sie sogar noch ins fertige spiel geschafft wenn auch nur für ein paar wochen aber trotzdem das habe ich jetzt als änderung dahin zu gezählt ja gut klar es war auch nicht lange ich glaube zwei wochen oder so war das spiel in der version erhältlich und dann haben sie es abgeändert ja da haben sie sich beschwert wegen den ganzen gesängen so das problem habe ich jetzt darin nicht gesehen aber nun singen mit dem glauben zusammen ja das problem war eigentlich noch nicht mal wenn es einfach nur der gesang gewesen wäre und vielleicht ein anderes thema wäre es vielleicht nicht mehr so schlimm gewesen das problem war es war ein feuer tempel das wurde mit hölle assoziiert und dann dann die muslimischen gesänge das ist natürlich dann ein bisschen unglücklich gewählt richtig weil es halt einfach mit so einem höllenthema dann identifiziert wurde und das fanden die moslems jetzt nicht so gut wenn man wenn man diese musik beim beim geistertempel zum beispiel genommen hätte wo es auch richtig gut gepasst hätte ich glaube da hätte es nicht so ganz die große probleme gegeben da hat war das thema eher ein bisschen so das leistliche das mysteriöse da war ich nicht mehr schnell genug es gab ja auch spiele wo genau dieselben sprechchöre auch zu hören waren wie beim okw noch kein feuer tempel ja bei bei einem rennspiel für den n64 großen world und da waren die selben sprechöre im hintergrund zu hören und da war es kein problem da hat sich keiner beschwert also es ist halt wirklich es lag wirklich daran dass es halt der feuer tempel war wobei sich nintendo was dabei gedacht hat ja genau das haben sie sich dabei nämlich gedacht der blitz hat mich gerade so getroffen dass ich bei dieser sprungschanze einfach meinen kreis geflogen bin aber ich finde es gut dass sie das so lange die late haben auf alle fälle daran sieht man es ist es kann sich auch lohnen es gibt auch fälle da lohnt sich nicht wenn ich an duke nukem denke elf zwölf jahre zwölf jahre verschoben und das endresultat ist naja das einzige lustige ist dass am anfang dass man die kacke durch die gegend schmeißen kann ja das stimmt das ist ja und der dann und der dann und der jedes mal sagt welche kranke sau macht sowas oder irgendwie sowas ähnliches aber das ist ja stimmt das ist gut soll ich mir das jetzt in die haare schmieren oder was dann schmeiße das einfach irgendjemand in die fresse das ding aber ansonsten nicht so der brinner ja das stimmt das muss man sagen aber da sieht man mal es lohnt sich auf jeden fall ein bisschen länger an den spielen zu werken dann wirklich was fertiges zu haben und nicht noch 1000 addons dann rausbringen zu müssen also von addons und die ist es halte ich absolut nichts ich habe jetzt wobei ich sagen muss im weiß geilen fand ich jetzt ganz schön dass da noch mal was rausgekommen muss das geil habe ich nicht gespielt zusätzlich nur ganz kurz einmal anzocken können die pc version und da hat sich für mich so angefühlt als ob man die gegner mit schwerter nie trifft ich hatte einfach nicht dieses gefühl ich habe es mal am spiel und ich war wirklich begeistert ich habe ich werde mir das spiel doch definitiv irgendwann noch mal wenn ich mal viel zeit habe werde ich mir das auch mal zulegen weil ich finde wirklich das ist eines der besten spiel ist die in den letzten jahren rausgekommen sind das muss man also wirklich sagen also die grafik kann sich wirklich sehen lassen bei diesem spiel besonders nachthimmel und wenn man das ganze dann noch mit ein bisschen aufmeldet gibt es ja auch x mods um den noch schöner zu machen also das ist schon richtig toll eine lange spielzeit und auch das allgemeine system von wegen ja man kann sich aussuchen was man als nächstes machen will und auch verschiedene dialogoptionen das ist alles super aber mir persönlich hat die kollisionsabfragen mit dem schwert einfach nicht gefallen ich hatte nie das gefühl dass ich irgendwas treffen oder schaden mache am gegner deshalb gefiel mir das ganze auch nicht so wirklich obwohl ich oblivion hier habe ich habe es aber noch nie gespielt wieso keine ahnung wahrscheinlich weil es mich schon abgeschreckt hat skyrim wegen der kollisionsabfrage ich gehöre auch zu solchen leuten die die sims 3 noch hier liegen haben und dazu habe ich war auch nie ein einziges addon geholt ja also bei sims ist es ja wirklich ganz extrem was da gibt es so unmengen addons manche ob manche nützlich sind oder nicht das kann man in den raum stellen es gibt addons da gibt es halt nur möbel dazu bei manchen gibt es ja wieder komplett neue features wie zum beispiel verreisen oder sowas also das verstehe ich auch nicht so was bin ich vielleicht noch sinnvoll wenn wenn ich sehe dass es addons nicht nur mit accessoires oder so bin ich das ein bisschen bergwürdig ich weiß nicht dafür würde ich kein geld ausgeben aber dafür muss man glaube ich auch wirklich ein richtiger sims-fan sein es war ein hardcore fan sein weiß nicht konnte ich war froh wenn ich denen beibringen konnte dass sie aufs klo gehen müssen und bei sims 3 da muss einfach nur anklicken aufs klo gehen und gutes die machen das auch von selbstständig wenn es ganz extremer ist ich bin tot zauber gemacht und irgendwann wollten sie nicht mehr aufs klo ich war so ich konnte sims nie ernsthaft angehen ich habe immer nur scheiße gemacht ich bin einfach so genau wie bei sim city irgendwann fange ich alles motiviert mich einfach nicht lang genug irgendwann fange ich einfach nur noch an miss zu machen ach ich entdecke andauernd irgendwelche kuriositäten ich habe mal das falsche möbiliar ins badezimmer gestellt und dann haben sie sich auch angefangen im badezimmer ihr essen zu machen mit dem klo das finde ich auch gut ich bin dafür dass wir mal ein stunden special die sims 3 machen wenn ihr hier bist einfach mal uns beide in ihren haushalt stecken und dann einfach mal gucken was die machen das meine idee so eine stunde lang die sims 3 das könnte man machen ja das ist schöne idee und da kann man ja gemütlich neben sitzen und dann einfach locker klicken der andere schaut dazu da kann man alles mögliche gemütlich beim machen muss man ja nicht aktiv ein kontroller in der hand halten und machen wie wir jetzt zum beispiel weil ich das aber billig weil ich muss einfach ein kontroller in der hand halten stundenlang nur beim spielgeschehen zuschauer das kann ich irgendwie nicht es ist fällt mir schon auf wenn ich let's plays gucke am liebsten würde ich das was derjenige da da hat das spiel würde ich am liebsten selbst spielen in dem moment er mit machen und anders machen gewissen sachen das kenne ich das schlimmste ist wenn man dann selbst spielt dann merkt man nie wo man hingehen muss immer erst immer erst im nachhinein wenn man dann sein video editiert oder war ja was und wieso habe ich das nicht gesehen das ist bei mir an der tagesordnung sowas passiert im spiel sehe ich die offensichtlichsten dinge nicht und in der nachbearbeitung sehe ich es sofort das ist so arm immer und dann frisst man dann immer massenweise besen oh ja da ist man so ungeduldig man kann die zuschauer dann aber auch verstehen wenn sie sich aufregen das richtig bei vielen parts warte ich auch einfach nur drauf dass es passiert und habe immer schon angst mir die kommentare durchzulegen die meisten sind sehr glädig muss man wirklich sagen so also ich bleibe jetzt irgendwie konstant so auf meinem siebten achten rang irgendwie bin ich für erstmal zufrieden bei mir ist der zieler gerade auf den dritten gesprungen aber ich bin eine sechster auf der ziel linie auf den dritten gesprungen habe ich bin sechster bin ich sehr fair spiel das ist wirklich sehr fair auf jeden fall die sims 3 und ihre addons sind es allgemein und ihrer addons wow wie viel geld soll man denn dafür ausgeben die sind ja alle richtig teuer eben das ist das wahnsinn ein addons zusätzlich 30 40 euro das hauptspiel selbst auch noch mal 50 was denken die sich was habe ich dir letztens noch wenig star wars gesagt